Und damit sage ich mal wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dezzeit. Wir sind zu dritt unterwegs und wollen da die scheiß Mission machen. Auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Äh, ich, ich... Oh, das war schon... Das war schon. Wollen wir anfangen zu ballern, erstmal gucken, ja? Gucken. Die sind unten auf der Straße, vier Stück. Na gut, das ist erstmal egal. Das interessiert nämlich eher... Okay, das ist noch dahinter. Das ist noch 200 Meter. Ja. Was war das? Da ist wer. Unter uns ist wer drin. Den holen wir. Easy. Unter uns ist echt wer drin. Wollen wir sicher gehen. Müssen wir aber hier rein, ne? Äh, hier. Direkt unter uns. Ja, aber dann kommen wir ja in der großen Halle wieder raus. Ja, ist doch... Ist doch richtig. Da wollen wir doch hin, oder nicht? Ja, da kommen wir ja da vorne unter den Hubschrauber rein. Ne, da ist ja... Da ist doch die Mission. Das ist ja. Oh Gott. Natürlich renne ich auf dem Rahmen lang. Okay, wenn er war weiter. Ja, ja. Maximal drei Leute können es sein. Geil, gleich wieder alles weg. 490 geht vor. Easy. Erbrücken. Gestrahlt. Oh Gott, ich muss erst mal einen Stuhl feststellen hier, sonst wibbel ich die ganze Zeit hin und her. Oh, ich hätte vorher Pissen gehen sollen. Ja, das denke ich mir gerade auch. Ja, so, jetzt sind wir hier. Da hätten wir auch hier reingekonnt. Ich hätte aber gedacht, dass da vorne... Au, die Tür ist auf. Achtung. Ja. Wir hören schießen. Er hat seine Pistole. Beste. Jetzt ist das hier, wo es 10 Meter runter geht. Ja. Hiya! Hiya! Runterspringen. Ey, runterspringen ist nicht gut. Schüsse werden lauter. Sprinten. Immer wieder Ruhe. Wir könnten jetzt hier schon hinterher werden. Aber es ist nur einer, der läuft. Weißt du? Jetzt ist es mal faszinierend. Der Rest schleicht. Ja, sorry. Ja, gestrott. Ja. Wir müssen da jetzt um die Ecke sein. Bist du? Ja. Du brauchst tot hier. Mach langsam. Wir sind 10 Meter hinter dir. Das glaube ich auch ganz gut ist. Oh, die sind schlau. Warte, 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 bevor du aufmachst, ich rüste den Dings aus. Den Granatwerper. Oh Gott. Jetzt geht's schon mal in Deckung. Hinter dir werden, da liegt alles voll Leichen. Warte, soll ich da einfach mal reinholen? Nee, nee. Ich sehe sie doch schon. Warte. Oh Gott. Wer von euch ist mir da denn in die Flinte gelaufen? Das war ich. Warte. Einen habe ich. Weiß nicht, wo der andere rein ist. Den einen habe ich auch tot. Den anderen hast du auch. Ich heiße Team Killer, ja. Ja, du rennst mir auch genau dann in die Fresse. Warte, warte, es kann immer noch einer sein. Nee, nee. Glaube ich nicht. Das waren die von gestern. Das sind die von gestern. Das ist gut. Ja. Oh, dann müssen wir jetzt die Leichen abtämpfen. Ja. Die haben Reparaturset für Elektronik. Sprengstoff, viel interessanter. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt irgendwie reinkomme. Ja. Enden-Lockhof. Ich weiß nicht, das könnte der von gestern, warte mal. Ach, ich habe den mit der P90 getötet. Und du hast, äh, Nischpardag getötet, außer einem Meter. Mit der VSC. Ich weiß nicht, was du meinst, ey. Nee, da lag ein Stein und da bin ich ausgerutscht und voll gegen seinen Lauf geknallt. Okay. Und da deine Waffe ja so sensibel ist, hat sich sofort ein Schuss gelöst. Ja, die ist, die Sponshot, ja. Ja, so viel Geld hatten die aber nicht dabei. Nö. Ich schmeiß erst mal ein bisschen Essen weg, dass ich die... Die haben sogar noch einen Schlüssel dabei gehabt. Hast du den? Äh, ich glaube, ich habe, na ja. Ich habe jetzt sechs Stück dabei. Oh, die haben... Das ist mein Helm von gestern. Einer von unseren beiden Helmen. Das kann sein, ja. Oder das Schlimme ist, hier ist alles voll mit Waffen, ne? Ja, aber... Warte, wir machen die Tür zu. Erstens das. Ich bin doch aus einer Richtung jetzt, komm. Ja, aber ich bin ein Arschloch. Ich zerlege alle Waffen bis auf Tims. Stimmt, die kann man zerlegen, ne? Ja. Da können sie gar nichts hier machen. So, da. Mach hier zu, die Tür. Ja. Uff, 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 ey. Ha, ha, ha. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wuhu! Was ist da? Gegner? Echter oder falscher? Ich weiß es nicht. Lauf einfach weiter. Ja. Ja, ich wollte gerade rein in den Bunker. Ach so. Ach so, ich dachte, du bist schon unten. Ja. Wir stehen in der großen Halle. Gut, du streamst. Das heißt, ich kann es jetzt auch sehen. Ich wusste nämlich nicht, ob du auch streamst. Egal, das kriege ich schon hin. Oh ja, davon gehe ich aus. Können die von der anderen Seite auch noch irgendwie rein? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Na, ah. Dann mache ich eins, dann campe ich mich hier in die Ecke. Oh, jetzt folgen sie mir. Und jetzt sind sie nämlich wahrscheinlich in den anderen Eingang erstmal rein. So. Easy. Ich kämpfe hier die eine. Ich kämpfe hier. Uh. Das wird echt sein. Das kann auf jeden Fall sein. So. Ja. Bist du wieder hier unten drin? Ja. Selbst. Hier liegt noch eine Mosin, ne? Ist das deine, Luis? Nee. Doch, doch, doch. Die da draußen irgendwo liegt, ja. Ja, ja. Direkt vor der Tür. Ich muss da weg. Oh, sie können jetzt mich erstmal hier nackig machen. Ach du Scheiße, hier steht ein Gegner. Echt oder? Äh, nee, nee, Spieler. Äh, NPCs. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hast du deine Sachen? Ja. Okay, dann erstmal hier alle Waffen zerlegen, die du findest. Ich habe alle. Außer die von dem einen Typen, glaube ich. Jetzt habe ich alles. Du hast. Entlocken. Jetzt haben wir ein bisschen Mut, Mama, hier reinpacken, ja. Ich höre irgendwas laufen. Über uns. Ich habe auch was gehört. Äh, da oben ist eine Bunkertür auf. Oben geradeaus. Das, äh, ja. Warte, ich guck mal. Warte, ich will mir die Mund bevor... Äh, egal. Was denn? Ich hätte von der EPIC-Car... Oh, ja. Das liegt doch alles auf dem Boden, oder nicht? Die ganzen Sachen, die ganzen Aufsätze. Dinger auf der Erde. Ah, na ja. Schöner Rucksack. Ja. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Junge, der Spaß spielt mit Morolo. Weg damit. Das sehe ich jetzt erst. Das ist die Waffe von mir gestern, die ich hier... Der hier hat. Oh, Stalker Rucksack. Ah, da muss ich nochmal wechseln. Ich wollte gerade sagen, äh, er war doch ein Stalker, ja. Ja, das ist sogar wahrscheinlich auch meiner von gestern. Das ist die Mission hier unten, glaube ich. Das müssten alle Waffen wechseln, ne? Ja, außer hier vorne um die Ecke. Da konnte ich nicht weitergehen, weil ich wollte nicht weitergehen, weil da halt die NPCs sind. Ja, dann macht ihr mal. Um die Ecke. Ich mach mal hier Hintergrund im Auge. Wo links oder rechts lang? Hier, hier rum. Um die Ecke. Dann NPCs. Drei Stück. Die jetzt weg sind. Ne, da ist noch einer gewesen. Da werden doch noch mehr sein. Rechts und links. Wahrscheinlich. Yo, ich sehe den nicht mehr. Ja, ja, die hitten aber. Warte ganz kurz. Oh, ja, ich hau die einfach alle weg. Zwei weniger. Scheiße. Boah. Kommt der vorgerusht. Hast du Heal? Ich, äh, arbeite grad dran. Ich hab noch Verbände. Ich hau grad ne Spritze rein. Da kommt noch mehr. Das ist ja das Schöne, einfach pre-feiern. Noch einer tot. Ah, die P90 ist geil, Alter. Gegner sind da. Gegner sind da. Ich komm noch. Ja. Ja, ja, alles gut. Der hat noch keine Klamotten. Ich hab ihn schon gesehen. Kannst du im Game erstmal talken? Talk nicht. Ja, war. Einmal durch, da hinterm Gitter war. Ah, die sind gerade runtergekommen, also ja. Nee, nicht, dass die jetzt Pistolen haben und uns wegmachen. Hat jemand links die Tür im Auge? Ich gucke die hier, die grüne, und du guckst die da. Und ich gucke in die andere Richtung. Ach, die Tür jetzt auf. Mach die Tür jetzt auf. Oh, meine Finger frieren hier gerade ab. Ich schwitze gerade wieder wie sonst was. Das ist viel schlimmer. Oh, ich bin so auf Frieren. Wenn die Pumpe geht, verstehe ich gar nicht warum, ist noch nicht Hand. Und kein One-on-One. Das fühlt sich auch so an, so ein bisschen. Schön. Oh, Ski, weg! Blint! Hahaha, Ski, hello, du Stinkefinger. Ja, das war der, der mir den Stinkefinger gezeigt hat. Gut, da werden sie also von, der wird von Don Boschinki nicht mehr kommen können. Es sei denn, sie haben ihre Base auch hier. Da brauchen sie nur fünf Minuten jeweils. Ja, ich liege aber nackt. Wo hat er denn was in der Hand? Ja, der war nackt. So wie wir ankommen, wenn wir direkt auf alles nehmen und klicken wollen. Ja. Das heißt, er hat ein Messer. Gehe ich jetzt von aus. Ja, das ist mein Schlitz-Mazipan. Ja, ich renne weiter nach hinten in den Bunker rein. Ja. Soll ich mitkommen? Ja, würde ich sagen, ja. Wir müssen ja noch ein paar Waffen entsorgen. Oh, die Leiche hat sich gerade selber entsorgt. Ja, mach dir mal, ey. Beobachte das, ja. Ja, weil hier ist halt auch offen. Das geht auch noch draußen. Ja, ich hatte fünf, sechs Stück weggemacht. Ja. Ich gucke links. Ja, da steht eine andere Seite. Stopp. Ja, ich sehe es. Ich kann sagen, wenn wir hintereinander stehen, darfst du nicht mehr so viel links und rechts gehen. Sonst passiert das gleiche wie mit Tim. Das sind die gleich mal alle hier. Ich war da schon vor Stunden, stand ich da schon. Nee, nee. Du hast leider genau dann rübergegangen, wo ich abgedrückt habe. Nee, ich bin hochgekommen. Oder das. Mach die Tür hier zu. Ja. Die Tür ist zu. Ich weiß noch was. Irgendwo, ja. Das war nicht ich. Ich auch nicht. Irgendwo bei mir, über mir, glaube ich. Ja. Kann der andere Dude sein. Ja. Und ich fahre hier. Nee, 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 nee. Ist ein NPC. Okay. Ich habe zwar noch 70 APA, aber ich will mich mal lieber fahre. Ich lasse den NPC da laufen, weil dann können die Leute hier nicht reinkommen, weißt du? Ja, wenn dann was. Hätte ihn jetzt killen können. Er steht da auch immer noch. Aber ich glaube, ich habe da draußen nämlich was rumhuschen sehen, aber auch egal. Als ob der Schuss durch den Stapler nicht durchging. Ja, ja, das war ich. Ist weg. Zerlegt direkt die Waffe. Ja. Es sei denn natürlich, da ist irgendwo eine VSD. Nein. Das war nur AK-Kram. Oh, ich sehe an. Sicher war das kein, das war kein NPC. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Für mich war das ein NPC. Das war vielleicht kein. Ich wusste nicht, dass da auch noch so lange gegangen ist bei dir. Ja. Ey, hier hin. Na. Na, warte mal kurz. Warte. Warte doch mal. Warte mal. Dann stell dich jetzt an der Seite, verdammte Kacke. Hör auf, mir wollen wir mal die Flinte zu rennen. So. Du bist auch hier. Nachladen. Ich werde mich auch erstmal heilen. Wo ich halte. Ein bisschen. Oh, das scheppert so in den Ohren, Alter. Das ist gut. Oh Gott, da kommt da jetzt alles. Du musst dich ja mal kurz reinhalten. Ja. Verständlich. Wie viele Leute liegen da jetzt? 6, 7? 30 AP, ne? Wollte erst mal ein paar sterile Lappen umarmen wickeln. Na, mach mal. Aber ich stehe nicht mitten im Raum. Ne, ich stehe hinter dem Pfeiler. Okay. Ich taste mich langsam vor. Warte, ich hau mir nochmal Essen rein, dass ich nochmal hiele. Juh. Boah, es ist aufregend. Ich weiß gar nicht warum. Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist ja das. Was ich ja nicht verstehe. Was hier gerade so aufregend ist, weißt du? Ah, verstehe ich. Ich verstehe gerade. Es hat sich so angehört, als wenn hier eine Maus rumgelaufen wäre. Ja. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Komm mal, ich denke da drücken. Ja, ich zerlege gerade hier ganz munter. Oh, das ist jetzt ein großer, offener Raum. Und dann geraten sie in den Respawn. Dum, dum, dum. Frag ist, wo der andere doomed ist. Weißt du ja nicht, wo er spawnen konnte, ne? Vielleicht sind sie zum Base und rüsten sich wieder aus. Können sein, ja. Hier jetzt rein. Oder raus, oder wie auch immer. Guck links. Ja. Du weißt ja nicht, ob die schon mal gestorben sind und noch Cooldown hatten, weißt du? Der eine, ne, zumindest. Also irgendwo muss noch wer sein, sonst wäre die Mission jetzt hier langsam mal fertig. Bin mir jetzt sicher, ob das überhaupt die Mission auch volldrucken müssen, die sie hat. Doch, doch. Geht's noch tiefer? Ne. Ja, vielleicht, da drüben ist eine Tür. Ja, da drüben waren zwei Türen. Deswegen. Moment, ich kann zerlegen mal. Ja. Geil. Ich laufe. Ich laufe. Ne, ich kann nicht zerlegen, aber doch jetzt. Ich bin hier, äh, in dem Nebendingen hier, wo noch grüne Türen waren. Na, weil ich hab in den Zwischenraum, wo wir eben die hier alle weggemacht haben. Da waren nämlich auch noch. Und grüne Türen. Zwei grüne Türen. Ah, okay. Die ist nicht existent. Oh, da drüben. Oh, da drüben wir wieder zu. Okay, jetzt mal gucken, ob die echt sind, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es geht immer weiter. Ist wahrscheinlich da vorne auch noch um die Ecke. Oder hier ist Ende. Nee, da ist noch eine Tür. Da war wieder die Maus. Ich mach auf. Komm, dann so. Üüüüüüü. Und was ist das hier? Hier ist einfach gar nichts. Ich dachte, zumindest... Mein Funkgerät. Was hat jetzt... Wir haben eins, ja. Oh, die sind ja draußen. Also auch draußen draußen. Ah, ist noch eine Tür. Ja. Genau das... Hier geht's um die Kurve. Oh, ich kann sagen, das ist immer uncool hier. Noch eine Tür. Du hast die schnellere Waffe, ich mach mal auf. Links, rechts. Vorne ist es gerade. Links. Sieht frei aus. Wie es aussieht. Ja. Sturmrucksack braucht man nicht. Die Säcke kann man nicht zerreißen, ne? Wen? Ich glaube nicht. Rucksäcke. Nein, 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 nein. Na. Schade. Ja, jetzt wird's wahrscheinlich nur auf oben sein, ne? Oben die Resten. Ja. Denk ich jetzt auch mal. So eine Tomatensuppe. Leider voll bis da oben hin. Oh, das Kopfhüter sieht natürlich cool aus, ne? Ja. Soll ich hinterherkommen? Aber was ich gesehen habe... Wollte ich jetzt fast sagen, dann ja. Weil es ist... Haben wir hier schon drinnen? Ne. Waren wir hier X? Nein, da gehen wir jetzt noch weiter. Die müssten doch jetzt auch weg sein, die Leichen von denen, ne? Passt ja. Der Rucksack ist despawned, der da lag. Ist ja nichts mehr da. Ah, der geht schon weiter. Ja, ich komme. Ne, hier ist nichts mehr. Und so. Geil. Hier sind die Kisten, die mit den Missionen sind. Ja. Aber ich habe keine anderen Kisten gesehen. Ich auch bisher noch nicht. Das ist halt ein bisschen komisch. Soll ich mal raus? Obwohl hier doch, hier ist einer. Schlüssel verwendet. Oh, MG36 mit Skin. Komm mal her hier. Zum Schnee-Skin. Äh, da ist er eben. Gott sei Dank, wo ist er denn? Hier auf der Ecke ist er. Hier auf der Ecke ist er. Hier auf der Ecke ist er. Oh, yo. Dann müssen wir doch erstmal einen Krempel hier umbauen. Oh, was das? Oh, nee. Die Muni brauche ich gar nicht. Nee, die Muni brauchen wir nicht. Auch die Dinger da brauchen wir nicht. Weil die Waffen können wir alle... So. Lass ich mal weg. Da war der Zweite wieder. Und da war der Andere wieder. Noobs. Nicht, sowas macht man nicht. Nee, sowas macht man nicht. Was hat der denn gestern? Raid-Token. Der hat einen Raid-Token. Ja. Aber das... Wie lange hält das? Willst du den? Ja, ich hab das. Äh, verbleibende Zeit, vier Minuten. Ja, das bringt ja nichts. Weil wir haben keinen C4. Egal. Wir haben eins. Endlich mal. Also droppt die Scheiße auch. Der hat da noch eine AK mit Skin. Ich kann dir jetzt gucken, wo die ist. Wenn du das aktivierst, dann sieht das jeder auf dem Server. Wo die ist. Da sind sie. Die sind direkt nebenan. Die Base. Deswegen kommen die hier alle fünf Minuten an. Wo siehst du denn jetzt die Base? Der rote Kreis. Der rote Kreis. Auf der Map. Eine Stunde, aber jetzt Zeit. Da sitzen die also. Ach, da. Ja. Deswegen kommen die so schnell her. Das heißt, die sind in fünf Minuten wieder hier. Ja, aber alle Spieler auf dem Server wissen jetzt... Ja, alle Spieler. Ja. Also wir. Es sind ja nur drei. Es sind nur noch zwei andere. Also, ja, ein anderer dann. Ja, ein anderer. Na, easy. Getroffen hat der Hund mich sogar. Mich hat er auch getroffen. Ja, aber diesmal ist keine Nacht. Das heißt, die kamen von hier, oder was? Ja, einer kam von hier. Der andere vorne aus der Tür wahrscheinlich. Oh, Ball. Ach, hier splittet sich das. Ah. Na, hier wird wahrscheinlich der Loot sein. Ich will die Kerze mitnehmen. Nur ein paar Satzteile. Wo sind denn die Gegner? Oben drauf. Oh. Beziehungsweise vorne vor. Ja. Weil hier unten müsste leer sein. Ja, das... Mal gucken mal, hier sind sogar... Vorarbeit geleistet. Ja. Sprengstoff nehmen wir noch. Mal gucken mal, hier ist noch eine Kiste. Mach' wir mal auf, wa? Hier ist eine Scar drin. Jetzt gehen... Oh. Ich hab keinen Platz mehr dafür. Ich kann die mitnehmen. Ja, nimm mit. Ja, dann steck mit ein. Was hat die für Muni? 5, 5, 6. 5, 5, 6. Ja, ich hab' ja fast alle Waffen, die es gibt, ne? Da kämpfen wir aber fehlt noch. Ja, und... Die... Wie heißt der? Da ist eine Batterie, wenn wer Platz hat. Ja, ich kann mich nicht... Ich hab' ja... Ich hab' ja... Hier ist Fusel, um was zu essen noch. Bin voll. Ich darf nicht mehr. Ja, essen nehme ich jetzt einfach mal mit. Oh, fuck. Ach, hier sind wir lang und dann... Hier sind wir auch rausgekommen, glaub' ich. Na, jetzt denk dran, die können wir mal wieder vor uns stehen, ne? Die hatten Waffen. Das heißt, die müssen von zu Hause, welche mitgebracht haben. Ja. Hallo? Wer ist denn daheim, meinem Shit? Die Kisten, wir müssen auch mal haben, ey. Also, ich hab' noch Einschlüsse. Warte, ich muss mal meine Wetter ein bisschen... ...mix, Max. Na, guck mal. Der selber Ausgang wieder. Wie beim letzten Mal. Und die Mission ist übrigens weg. Nur so zur Info. Naja. Die ist nach oben. Ja, aber weiter zu anderen Militärbasen. Wollen wir da hin? Ja, aber nicht mit dem Loot. Ja, geht erstmal weg, der Loot. Diesmal. Genosse. Rauschild. Ja, das wird über uns sein, hier. Oder unter uns. Oder vor uns. Irgendem Helikopter. Da unten, an dem... ...also unter dem Hubschrauber wollte ich herein. Da haben sie als erstes auch schon mich auf mich geschossen. Ja, die Finger schreien sie gleich ab. Und sie können einfach weiterlaufen. Nicht, dass sie gleich kommen mit einem dicksten Alpau oder so. Ja. Wir können an den Konvoi könnten. Obwohl, ne, da lang müssen wir eh nicht. Sorry. Also, gibt's tatsächlich die Raid-Tomen. Schade, dass sie keine VST dabei hatten. Das wundert mich sowieso, dass sie so'n komischen Loot dabei hatten und ich... Warum spielen die mit AKs? Ja, wenn die da reingehen, die Mission machen wollen. Ja, hier sind auch mit VST rein. Ja, ich hab meine AK aber auch mit. Ja, ich hab mir trotzdem die Dicke mit. Vom... Vom Boss da, vom Truck. Oh, come on. Ja, rechts sind Gegner irgendwo. Ja. Ja, die VST ist auch da... Yo! Ei, 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 ei. Die wollen aber wieder. Äh. VST da unten hat schon gute, gute Sachen geleistet. Muss ich sagen. Aber die P90, sag mich da ehrlich, die gefällt mir richtig, richtig gut. Die hat ordentlich basiert da unten in dem Gang. Das sagst du ehrlich, ja? Richtig early war da sicher. Oh, ja. Du musst einfach nur reinhalten. Den Rest mach dich selber. Du brauchst einfach nur... ...n ganz, ganz kleines bisschen runterziehen, wenn du halt voll Auto machst. Ist ja langweilig. Ähnlich mal ne Waffe, die ich auch spielen könnte. Ah, ja, damit sei. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht wenn wir auch die 5er Mission machen und nicht hier... ...irgendwie in der Counter raiden, wie auch immer. Ähm, schießt was? Riss. Oh.